Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich bin immer noch an meinem kleinen Geheimprojekt, was jetzt für euch nicht mehr geheim ist, das Geburtstagsbuch von meiner Tochter. Ich habe mir heute was Graues rausgesucht. Sie mag total gerne so Grau, Anthrazit und Co. Und ja, es ist zwar die Bright Side, Anthrazit ist jetzt nicht so die fröhlichste Farbe, dennoch hat das irgendwie so einen relaxenden Anstrich und deswegen habe ich mir hier so ein bisschen was vorbereitet und das möchte ich jetzt mit euch machen. Jetzt brauche ich nochmal meinen Pinsel, also meinen Kleberpinsel. Und dabei sei gesagt, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und meine Videos interessant findet, dann freue ich mich sehr über Abonnenten und Likes und Kommentare und Austausch und 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 und. Genau. Von daher herzlich gerne, ihr seid eingeladen. Ich mache noch mehr Videos und quatsche mir hier mal einen Teil. Und ja, ihr könnt natürlich auch das Ding auf Geschwindigkeit, doppelte Geschwindigkeit stellen oder ähnliches. Das könnt ihr jederzeit herzlich gerne machen, wenn ihr möchtet. So, ich mache mir hier mal ein bisschen Platz. Also das Bild auch schon checken. Ja, ich werde ein ganz bisschen verändern. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, ja. Ich möchte nämlich das Buch, also mindestens die Buchseite hier haben und ich orientiere mich immer hier an dieser Kante, wie viel ihr seht. So, also ich habe mir graue Sachen zurechtgelegt. Dieses habe ich aus einem, ähm, aus einem, ich glaube, Action-Blog, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das müsste Action gewesen sein. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wenn ihr es wiedererkennt, ja. Ich habe ein paar Sprüche, sprich, oder Wörter hier, die waren da drin. Habe ich schon ausgeschnitten. Bisschen therapeutisches Ausschnipseln. So, das sind acht Stück. Dazu passend habe ich acht dieser Schreibkarten auch ausgeschnitten. Die waren auch in diesem Block. Und die möchte ich dann in diese Taschen stecken, dass man die da rausnehmen kann. Und da ich mir dachte, so Mensch, zwei Karten pro Tasche wären ganz cool. So eins, zwei und ein bisschen hin und her. Ähm, habe ich hier, hier, Pocket-Teile gekauft, äh, geschnibbelt, äh, geschnibbelt. Ich weiß, eins läuft anders als die anderen. Das ist aber auch der Plan. So. Ne? Also das laufen alle quer und eins läuft hoch. Kannst, das muss halt nicht immer gleich sein. So. Jetzt möchte ich natürlich so rauskommen, dass es alles so ähnlich ist. Wobei, ich könnte es, ich könnte es auch so anti-monk, so ein bisschen hin und her. Wäre eigentlich auch ganz cool, oder? Was sagt ihr dazu? Dass man das ein bisschen, ein bisschen lustig macht? Wäre eigentlich witzig. Doch, gefällt mir. Ich mag das, wenn das nicht ganz so monkig korrekt ist. Das ist, ähm, mir entspricht eher das Chaos. Nun, es ist für meine Tochter, die eher ein ordentlicher Typ ist. Jetzt kommt das Aber. Die muss ja auch mal einen Spaß haben, ne? Ist ja nicht so, dass das hier keine Spaßveranstaltung wäre. Jedenfalls habe ich vor, diese Pockets da reinzubauen. Und dann entsprechend die Wörter drauf. Und dann die Karten da reinzustecken. Das ist eine schöne, leichte, feine Deko-Idee, die nicht viel, ja, ist jetzt nicht viel Arbeit für mich. Macht einen schönen Effekt. Und ich finde einfach, die Farben, die zusammenpassen, sind total klasse. Dazu kommt, dass ich aus dem Bogen, den ich jetzt hier benutzt habe, dass da noch ein bisschen was übrig ist an Papier. Und da habe ich mir noch, ja, Eckentaschen, also Corner-Taxes gemacht. Und ein Belly-Band habe ich mir auch schon zugeschnitten. Und eine Seitentasche habe ich mir auch zugeschnitten. So, und dann kommt noch dazu, dass aus dem Bogen, wo ich die Sachen ausgeschnitten habe, dass da dann nochmal Sachen übrig sind. Und zwar so lustig Kreise und so fast ovale. Ich zeige euch die dann gleich. Ich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Video zeige. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Andererseits will ich ja auch nicht 20.000 Videos machen. Das ist nur so ein bisschen die Gradwanderung. Ich mache euch ein paar Videos, ja. So, dann möchte ich jetzt immer, dass die so überlappen. Also, dass das jetzt nicht so aussieht. Das wollte ich nicht. Sondern das muss auf jeden Fall irgendwie drüber gehen. Genau, so. Jetzt ist mir das zu unruhig. Was mache ich denn hier? Und ein Kleberpott reinstellen, dass das nicht mal umklappt. So. Ja, Ziel ist halt immer, dass man so ein bisschen die Designs über, also immer mehrere benutzt, über das Buch verteilt, dass es immer diesen Wiedererkennungseffekt gibt. Das heißt, wenn ich jetzt hier dieses graue Kärtchen-mäßige Relax und Chill und Schönheit, dann möchte ich das auch im weiteren Buchverlauf mal wiederfinden, hier und da. Und deswegen habe ich halt auch diese Ecken noch ausgeschnitten oder jetzt reich geschnitten. Das eine Bellyband und... Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich da nicht so ein Slider-Element auf das Bellyband setze. Wäre doch eigentlich ganz cool, oder? Muss ich mal gucken, weil ich habe bei mir auch noch diese Seitendekoration. Also, ich bin gerade... Also mir formen sich gerade neue Ideen, weil ich finde es ein Slider, der macht total Spaß und macht auch ein bisschen was her. So, jetzt gucke ich erstmal, dass ich hier mindestens mal da draufkomme. Genau, so. Ist doch prima. Das gefällt mir. So, jetzt gehe ich hier wieder irgendwie noch schiefer, als ich das oben war. Dann müsste ich vielleicht ein Stückchen absetzen. Oder weniger schief. Also auf jeden Fall nicht parallel zu oben. Das ist klar, nicht parallel. Oder halt ganz krude. Das ginge auch, wenn ich das hier so mache. Und den anderen wieder... Ja, ich habe eine Idee. Gut, jetzt sind wir schon wieder im Geiste bei einem Slider-Element, während wir das hier noch kleben. Kleines Gärner-Problem. Naja, nicht so schlimm. Ja, die ist schon. Kann ich schon mit leben, bin schon groß. Und die Ecken. Also ich werde sie heute erstmal aufkleben. Und dann mal schauen, was ich für Deko draufbringe. Weil ich glaube, ich kann auch gut, wenn ich so Ecken, jetzt mal so neutral aufbringe, mit diesem Papier, was ich jetzt hier gerade aufklebe, kann ich das gut mit einem anderen Design verbinden, indem ich sie dann in dem anderen Design dekoriere. Naja, also es muss nicht immer sagen wir mal Design-rein sein. Design-rein sein. Wow. Ich bin ja... Jetzt gucken wir mal, dass wir das hier... bestmöglich auf die Kante kriegen. Ja. Ja, 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 ja. Ja, gefällt. Ja, passt gut. Jetzt bleibt mir noch dieses Schatzi hier. So, unten auf die Kante zu kriegen. Dann ist das so richtig schön ungleichmäßig. Und dennoch wird das durch das Design an sich eine Ruhe ausstrahlen. Gefällt mir. Ja, ich dachte erst, als ich den Block so in der Hand hatte, pff, das ist so langweilig. Dann dachte ich mir, Moment mal, meine liebste kleine Dochter, die mag ja das Anthrazit so gerne. Und dann habe ich ein bisschen geblättert. Und dann kamen mir die Ideen. Und dann dachte ich so, so langweilig ist der Block gar nicht. Der ist schon. Der macht auf den zweiten Blick was her. Auch durch diese Farblosigkeit ist es erst so, stößt es mich erst ein bisschen ab. Ich mag jetzt bunt nicht so gerne, aber so farblos kühl. Oder auch wenn Leute so ein ganz klares Design in der Wohnung haben und es ist alles gerade und klar, hat das so was Kühles. Wenn man jetzt diese klaren, farblosen Sachen nimmt und das hier so ein bisschen aufpeppt durch, ich mache es mal schief. Und ich klebe jetzt gleich was drauf. Dann wird das was anderes. Machen wir das erst mal, sodass meine Seite offen bleibt. Seht ihr noch alles? Manchmal fokussiert man, meine Mini-Camera fokussiert manchmal ein bisschen komisch. Der Kleber ist nicht schwer genug. So, nee, funktioniert nicht. Naja, egal. Ihr seht alles. Jetzt habe ich hier diese kleinen Schatzis. Und wir möchten jetzt auch noch mit einziehen. Und ich verteile jetzt einfach mal. Motivate. Ich würde das auch so ein bisschen versetzt immer machen. Unique. Adventure. Adventure. Jetzt müsste doch ein bisschen verschieben werden. Jetzt habe ich hier verschiedenste noch. Jetzt habe ich die nur noch. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Eins, zwei, drei. Achso. Ja, doch. Ich verstehe es doch. Ich bin manchmal ein bisschen... Jetzt kommt das Gepuzzle, ne? Tauschen wir dich gegen dich. Nee, das geht nicht. Das ist nämlich die gleiche Farbe. Die kommt nach oben und die kommt nach dort. Könnten aber jetzt... Nee, die beiden sind so nah beisammen. Oder? Das so mache. Eigentlich doch. Geht doch, ne? Das ist doch an sich ganz cool. Das gefällt mir. Das schlagen bestimmt ein paar Monk-Inhaber von euch die Köpfe über den Händen zusammen. Genau. Die Hände über den Kopf hin zusammen. Und sagen, das kannst du doch nicht machen. Doch. Ich kann. Und ich kann sowas von. Das heißt jetzt hier, ich glaube, ich nenne dieses Video dann graue Elemente einfügen. Das sind ja noch recht einfache Elemente, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Also ich könnte jetzt diese Dinger hier noch irgendwie hinterlegen, unterlegen. Aber ich finde einfach, sie sprechen so für sich. Dass sie einfach dieses klare, ruhige Design haben. Deswegen werde ich es nicht hinterlegen oder unterlegen. Vielleicht mache ich später hier noch so eine kleine Deko drauf, die gar nichts mit diesem Design zu tun hat, aber irgendwie dazu passt. Aber mal gucken, was mir da so über den Weg läuft. Das setze ich hier wirklich an die Kante. Das Inspire. Dann haben wir nämlich hier ein ganzes Stück schon von diesem Buch andekoriert. Ich habe noch so ein, habe ich nämlich auch gefunden, so ein Travel. Travel Papier. Und davon werde ich auch hier was reinpacken. Das passt mich wunderbar zu, ja, zu dem, diesem Brightside-Thema. Also Urlaub und Palmen und sowas passt genauso gut. Und dementsprechend möchte ich das hier auch reinziehen. Das ist natürlich ein echter Kontrast. Also kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Das ist ein ernstzunehmender Kontrast. Das heißt, dass ich hier so was Graues, Ruhiges reinpacke. Und ich sage mal in Anführungszeichen auf der nächsten Seite. Also ich glaube nicht, dass es direkt auf der nächsten Seite kommt. Irgendwie da im näheren Umfeld. Travel und Palmen und fröhlich und so. Also fröhlich ist das ja auch, aber es ist gechillt. Es ist eher so Wellness-mäßig. Durchatmen, zentrieren, Achtsamkeit und so. Und so Travel ist ja meistens irgendwie aufregender. Positive. So, jetzt kommt noch hier Unique. Das ist brüllheiß hier bei uns. Wir haben jetzt 10 Uhr. Es ist mega heiß. Man kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich... So. Ich bin mal sehr gespannt. Reitunterricht heute wird wahrscheinlich... ...etwas wärmer ausfallen. Das ist immer so, wenn wir solche Temperaturen haben, dann schnappen wir uns meistens die Reiter und... ...gehen raus. Im Busch. Und... Ja. Gucken, dass wir einfach so ein bisschen... ...ein bisschen schöne Zeit haben. Und nicht auf dem Reitplatz. Also auf dem Reitplatz wird man noch mal eine Runde gebacken. Da hat man dann schön Sand, der die ganzen Sonneneinstrahlung wieder zurückgibt. Dementsprechend ist das immer so. Freue ich mich immer, wenn die Mädels auch sagen, yay, lass uns rausgehen. Gerade bei so einem Wetter. Fies ist natürlich, wenn wir jetzt in den Wald gehen würden, nachher mal bremsen. Deswegen lieber aufs freie Feld, wo ein bisschen die Luft geht. So wollte ich das haben, ne? Jetzt ein bisschen hier reinholen. Ich höre Stimmen. Wir haben eine Blaubeerplantage nebenan. Da ist heute Pflückzeit. Dementsprechend sind die Stimmen nicht in meinem Kopf. Schon mal tröstlich, oder? So. Jetzt haben wir nämlich diese Seite fertig. Jetzt kann man schon mal vorsichtig diese Sachen hier verteilen. Ich würde die nicht komplett durchschieben oder an den Rand schieben, damit sie nicht festkleben. Ja, so ein paar Sachen werden davon verdeckt. Das ist dann halt so, ne? Jetzt müssen wir die Karten hier hübsch verteilen. So, jetzt muss ich aber ja noch mal tauschen. Sonst habe ich da zwei sehr ähnliche. Sonst tausche ich die hier noch. Ne. Ein jetzt. Die. Das passt eigentlich ganz gut. Ich tausche mal die beiden. Jetzt kann man natürlich gucken, wie man die hier reinpackt. Bisschen mittig, bisschen außen. Bisschen gerade, bisschen krumm. So. Die Seite ist auf jeden Fall fertig. Ich schaue mal eben auf den Wecker, wie spät es ist. Wir haben 17 Minuten um. Also da könnte ich auf jeden Fall noch ein Element machen. Mein Kaffee ist alle. Das ist ja betrüblich. Machen wir das doch so. Ich würde jetzt mal auf jeden Fall die beiden Elemente, die ich schon fertig vorbereitet habe, sage ich mal. Wenn ich jetzt aus den Valleybänden dann Slider mache, dann ist er natürlich nicht fertig. Dann muss ich mir noch mal was überlegen. So, ich bin jetzt hier relativ weit vorne. Also ich habe jetzt hier schon in Seite 3 oder 4 dieses Element eingebaut. Das heißt, ich fange jetzt erstmal, gehe jetzt mal nach hinten. Und gucke mal, wo ich hinten einfach so eine Ecke gut vertragen kann. Da gucke ich mir mal an. Das hier wäre doch gar nicht ganz verkehrt, ne? Dann machen wir das doch so. Kurz entschlossen dann. Und so wachsen meine Journals immer zusammen. Das heißt, ich fange mit einem Design an und versuche, diese Design-Elemente dann so ein bisschen ins restliche Journal zu verteilen. Also, dass ich so ein oder zwei Hauptseiten davon habe. Wie zum Beispiel jetzt diese Seite mit den Taschen und Karten. Und dann schnappe ich mir das gleiche Design und bringe es ins restliche Journal noch so ein bisschen mit ein. Also, dass es einfach sich wiederfindet. Also, manche machen, so zum Beispiel Luisa Heinzel, die macht sich so ein Moodboard. Das ist auch mal eine ganz coole Idee. Dann hat sie nämlich alle Farben und Stimmungen und teilweise auch Papierideen und sowas, was sie dann dort benutzt. Wenn ich das jetzt hier in die Mitte mache, könnte das genauso hier wohnen. Ich kann das aber auch umblättern und dann wohnt das mal auf der Seite. Oh, nicht schlecht, ne? Ich finde das auf der Seite ganz gut. Könnt ihr das überhaupt noch sehen? Ne, könnt ihr gar nicht. Dann schiebe ich mal rüber. So, da. Da könnt ihr noch sehen. Ich hatte mir vorher die ganzen Elemente, die ich hier ausgeschnitten habe, mit Lost, Shadow, Not Distressed. Und damit die Seiten halt nicht weiß sind. Also, wenn man Papier schneidet, dann sind die Kanten weiß. Normal. Ist so. Ist auch bei Stimperi-Papier so. Das ist nur bedingt oder nicht durchgefärbt. Also, was auch völlig logisch und normal ist. Das heißt aber auch, dass man dann die weißen Kanten, das ist dann immer mal ziemlich kleberweiß, dass man dann die weißen Kanten schön distressen kann, um ihnen nochmal so ein bisschen Tiefe zu verleihen. Wahrscheinlich gucken jetzt ein paar alte Hasen zu und sagen, ja, komm, man sieht ja was Neues. Mädchen, dann mach ihn. Ja, Mädchen, dann mach ihn. Jetzt habe ich nämlich hier nochmal eine Pocket. Und jetzt habe ich hier die Prauna-Dingens. Das ist in der Anfang der zweiten Signatur. Die andere Ecke ist Ende der dritten Signatur. Das heißt, ich könnte jetzt Anfang der dritten Signatur könnte ich jetzt wunderbar eine Tasche einbauen. Könnte ich sogar hier machen. Da würde ich mein Designpapier so ein bisschen killen. hier so, also direkt am Anfang, kann man das aufklappen. Warum eigentlich nicht, ne? Ich brauche natürlich auch noch einen Platz für meinen Slider, weil an der Stelle hier wäre das leider nicht gut. Dann könnte ich den Slider vielleicht irgendwo in der zweiten Signatur noch unterbringen. Wo dann habe ich eben am Ende der dritten und am Anfang der dritten habe ich ein Element drauf. Dann habe ich das große Element in der ersten Signatur und nochmal zwei andere Elemente in der zweiten Signatur. So kann man sich die Welt auch schön rechnen, ne? So. Ja, das heißt, jetzt im August kriegt ihr eine ganze Reihe an Craft with Me's. Irgendwann kommt dann das Flip Through dazu. Flip, Flip, Through, oder Thu? Schlecht reden kann ich gut. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach Craft und dann auch mal wieder so ein schnelles Video mit Musik mache. Allerdings, als ich euch gefragt habe, ob ich die Antwort bekomme. Nee, mach mal, erzähl mal, zeig mal. So, hier kann man schön noch ein bisschen Deko draufbringen. Watch the time. 22 Minuten. Kann ich euch noch antun? So. Im Sinne von antun. Komm schon, komm schon, bei Fuß. Du willst es doch auch. Ich kriege eine Karte nicht raus. Die weigert sich. Da kommt das Kreuz der Fingernägel wieder. So, also ich habe jetzt hier die Karten. Es sind noch vier Stück an der Zahl, die ich verteilen kann. Und werde die beiden jetzt hier auf jeden Fall irgendwie hier noch mit reinbringen. Erstmal locker, nicht an den Rand schieben, damit es nicht in der Ecke klebt. So, wo hatte ich dann das erste Moment? Und, so. Jetzt nochmal dieses Schätzchen hier rein. Und hier schätzen wir mal dieses Sätzchen rein. Genau. So, nun hatte ich gerade von einem Slider-Element gesprochen. Ich glaube, das kriegen wir zeitlich auch noch hin. Also wir sind jetzt hier nicht. Oh, vielleicht. Was haltet ihr denn davon? Na, komm schon. Wenn ich das so mache, dann könnte ich ein Slider sliden lassen. Zum Beispiel sowas. Katzen, Schmetterling, Kaktus. Schmetterlinge aber zweimal. Einmal so, einmal so. Dann macht es doch durchaus Sinn, wenn ich zwei Schmetterlinge habe, Schmetterling sliden zu lassen. Zwar den helleren von beiden, wenn ich zwei habe. Ja. So, die anderen werden so Seiten-Embellishments. Und auch die hier werden schöne Seitenteile. Nun. Nun brauche ich ein Stück festeres Papier. Kann weiß sein oder was weiß ich. Man sieht das eh nicht. So. Zeichne ich nochmal fröhlich drumherum. Ohne nicht. Zeichne ich manchmal auch drauf. Was bei diesem Design nicht ganz so schlimm ist, weil es eh so gekriegt gekrallt ist. Hier noch ein paar. Hier noch ein paar draufgekritzelte Sachen. Das ist aus wie gewollt. So. Zack. Schnipp. Zack. Und schnipp. Und einmal im Kreis. Das hier ist eh nur meine Rückseite. Das heißt, das hier sorgt dafür, dass das Slider-Element ein Gegenstück hat. Gleich kommt der große Trick der Tricks. Das ist ein wirklich schwieriges Element. Na, Spaß beiseite. Das ist mega einfach. Kann jeder. Falls Anfänger zuschauen sollten, traut euch das. Das ist wirklich, wirklich einfach. Also ich sag mal so, das Pop-Up-Ding, das ist knifflig, was ich da gemacht habe. Aber das hier ist kein Vergleich dazu. So, ich brauche wieder mal einen Stift. Und ich habe ja gesagt, ich möchte mein Element hier so schräg aufkleben. So, und jetzt mache ich mir einfach hier Strich drauf. Sodass ich hier so einen Tunnel habe. Der ist ein bisschen breiter als das Element. Also ich würde jetzt nicht genau dran zeichnen. Hier bin ich fast schon ein bisschen nah. Dann weiß ich nämlich, wo ich meine Kleberspuren hin packe. So, jetzt nehme ich schon mal den Glaber. Und klebe hier diese Seiten. So, und dann schiebe ich das nämlich erst über die... Zuerst über diesen, ja, das Belly-Bend-Slider-Teil. Und dann klebe ich das Belly-Bend auf. Dann kann ich mich noch ein bisschen ausrichten, wenn ich nicht ganz so gerade war, wie ich wollte. Also ich klebe... Hilfe! Nein, 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 du nicht. Du nicht. Du nicht, mein Freund. Du sollst keinen Kleber erfahren. Soll ich dann abrubbeln. So. Wups. Und jetzt drehen wir den ganzen Spaß zusammen, so wie wir es aufkleben wollen. Das war wirklich den Schmetterling, denn... Sag mal, ich hab's doch heute mit dem Kleber hier. Was ist denn das? Es ist zu warm. Wir schieben es auf die Wärme. Jahrhundert, Sommer und so. So ein Unsinn. So. Jetzt bin ich zufrieden damit, wie das Ding liegt. Jetzt nehme ich den Schmetterling und packe ihn so senkrecht, wie ich ihn haben will. Wenn ich ihn nicht senkrecht haben will, kann ich mal so, dass er hoch und runter fliegt. So, das gefällt mir schon ganz gut. Angedrückt, dass er wirklich slidet. So, und jetzt, wenn man nicht so sauber ausgeschnitten hat und nicht so ein Ausschneidefimmel hat, ich habe keinen übrigens, kann man hier noch ein bisschen korrigieren. Man könnte es jetzt auch rausziehen und korrigieren. Hier kommt das große ABER. Was sind wir reinzufummeln? Macht nicht so viel Spaß. Kann man so sagen, das ist einfach nicht so vergnügenssteuerpflichtig, wie man das mit manchen anderen Bastelsachen vielleicht bauen könnte. Gott, meine armen Ratschüler, jetzt habe ich meine Wörter schon alle verbraucht an euch. So, wo ist mein Lost Shadow Doba? So, jetzt habe ich natürlich hier eine weiße Kante, die sich hier nicht so einfügen will. Dementsprechend gehe ich dann noch einmal mit meinem kleinen, süßen Lost Shadow Doba rüber. Und alles ist wieder schick. So, nun habe ich einen slidenden Schmetterling. Und werde einfach nochmal ein Element hier aufkleben. Man sollte nicht einen ganz zu schmalen Streifen oben und unten kleben, damit es halt auch wirklich hält und damit man es wirklich schieben kann. Weil sonst pflückt man schneller das Bellyband runter, als man mal gucken kann. So. Ich will jetzt auch nicht ört schreiben mit dem Sliden. So cute. Die kann man jetzt auch so schön zusammensetzen, ne? Ich will das so zusammen kombinieren. Das ist doch so süß, oder? Mit der Katze und den Beingläsern. Die möchte ich auch gerne mit euch noch verbasteln. Gucken wir mal 30 Minuten. Gucken wir mal auf die Uhr. Wunderbar, ich habe noch Zeit bis zum Halbunterricht. Ja, und wenn wir jetzt sowas haben, kann man hier wunderbar irgendwo noch hier haben wir das Schatz hier drauf. Das soll auch so sein. Könnte man jetzt zum Beispiel hier oben das so ein bisschen in die Ecke setzen. so und so. So ein Ecke-Element. Das gefällt mir ganz gut. Und ja, ich mag das immer, wenn irgendwas aus den Büchern so ein bisschen raussteht, ne? Also ja, man hat dann nicht so das Lesezeichen-Dingens. Ich weiß aber noch gar nicht, ob ich hier überhaupt ein Lesezeichen oder ein Dingeldangel oder irgendwas mache. weil es wird schon so ziemlich ziemlich voll. Sagen wir mal so. Ich muss so überlegen. Aber wie gesagt, die Ideen kommen beim Basteln. Das ist ja immer so. Ich hatte auch überlegt, dass ich auf die also die Cover an sich, die sind ja, sagen wir mal, in der Grundfassung fertig. Sie sind versiegelt. Sie haben, sagen wir mal, die Bilder drauf. Da kommt auf jeden Fall noch der Text drauf. My dark side, my bright side. Das auf jeden Fall. Und das werde ich wahrscheinlich auch mit Konturliner irgendwie machen. Noch mal überlegen, ob ich mir noch eine Konturliner-Farbe noch zusätzlich zulege. Eine, die zum Dunklen passt. Mal gucken. Was ich dann noch überlege, ist einfach wirklich mit ich habe mit Modelliermasse habe ich was gemacht. Uh, mysteriös, mysteriös. Und das ist, gucken wir jetzt ein bisschen zu weit raus. Zieh es nochmal ab. Das geht nicht jetzt noch. Zieh es auf den gleichen Part. Bisschen weiter unten. Ecke mal rein. So. Das können wir machen. Jetzt werde ich noch genau das gleiche hier mitmachen, also komplett einkleben. So, also ich habe mit Modelliermasse ein paar echt schöne Formen gemacht, die auch so ein bisschen zu dem, zu der Grundidee von den beiden Seiten passen. Also so, na, ich muss sie noch in Farbe bringen und ein bisschen dran rum arbeiten. So, und wenn mir das gelingt, dann habe ich noch was, was einfach dieses Relief da drauf bringt. Und das ist nicht klein und süß, das ist schon ein bisschen was größer. Dementsprechend gucken wir mal, ob ich das mache oder nicht. Ich werde es, sagen wir mal, in Ruhe vorbereiten und euch dann zeigen, weil das ist was, was ich nicht unbedingt voll auf einer Kamera rum experimentiere. Ja, weil die Elemente an sich sind fertig, aber die Farben und ob ich das hinkriege, das wirklich passend zu gestalten, das wird sich zeigen. So, ein bisschen Kleber. So, ein bisschen Kleber. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Jupp. Das gefällt mir gut. Das ist schön, jetzt klebt hier mein Seitenpapier dran. Das ist natürlich nicht der Sinne des Erfinders. Deswegen packe ich hier mal eine Grillmatte drunter. Ich habe mir eine Grillmatte gekauft und es noch mal geschnibbelt. So, das ist jetzt in der letzten Signatur. Dann können wir das vielleicht in der ersten Signatur mit dem Ding mal beholen. Oder Anfang der zweiten glaube ich nicht genau. Bin ich schon. Würde ja hier auch passen. Kann man ja auch so an den Rand setzen. Es muss ja nicht zwingend. Es muss ja nicht zwingend oben in der Ecke sein. Kann auch am Rand sein. So, dann setze ich es allerdings so, dass es nicht genau in der Mitte ist, wo ich die Bänder zum Zumachen habe. Dann setze ich es so, dass es ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter ist. Gott, Leute, ich habe so einen Ohrwurm. Das hat ich beim letzten Video schon gesagt. Ich habe entschieden, aufs Fährmannsfest auch noch zu gehen. Musik zu genießen. Und das ist auch glaube ich nötig, mit diesem Ohrwurm wieder loszuhören. Nein, ich singe es euch jetzt nicht vor. Nein, nein. So. Schwuppdiwuppdiwupp. So, die Bänder. Hier habe ich es gerade zufällig liegen. Dort. So, dann werde ich das mal hier hinbringen. Vielleicht doch ein bisschen anwinkeln. So. Gerade ist es doch einfach was von hier, oder? Zack. Jetzt noch hoch die Tassen, jetzt kommen die Gläser noch dazu. Wobei ich immer sehr hoffe, dass die Kids mit 15 einfach noch, sagen wir, ihr Leben genießen, ohne sich zu betrinken. Soll nicht sein. Macht nur doof im Kopf. Das ist einfach ein Thema. Ich glaube, in sehr vielen Ländern ist das ein Thema, nicht nur bei uns in Deutschland. Auch in Amerika, wo man, oder in den USA, wo man nicht öffentlich trinken darf, und so weiter und so fort. Ich glaube auch, dass da Partys auch gerne mal eskalieren. So. Das Schlimmste ist sowieso, wenn jemand auf die Idee kommt, schlechte Laune oder Sorgen irgendwie ertrinken zu müssen. Das ist dann immer schon nicht schlecht. dementsprechend. Trinken Sektchen oder ähnliches oder ein Prosecco, was zu feiern hat, das reicht. Selbst dann müsste man das nicht tun. Schon klar. Ah, schön. Das gefällt mir. So, nochmal Blick auf die Uhr. 37. Ich habe jetzt hier noch so ein paar Elemente. Das ist das letzte Grau, was ich vorerst hier reinpacke. Was meint ihr? Wollen wir noch so eine so eine Seite machen? So eine Seite. So ein Embellishment da. Da in der Mitte habe ich aber hier. Ich muss erstmal Platz finden. Da bin ich in der letzten Signatur. Dann kommt hier noch eine Tasche. Dann bin ich schon in der zweiten Signatur. zweite Signatur. Da sind die Karten schon raus. Hier so wild rumgewirbelt. Habe ich nicht so tief reingesteckt hier. Kommt vor. Da habe ich ja schon so sind es halt in den Bälleschnitt. Du bist in der ersten. Tja, theoretisch und praktisch kann ich das genau hier tun. Da guckt es nämlich auch ein bisschen raus. So. Warum denn nicht? sortieren wir mal. Mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, dreizehn? Das kann doch nicht sein. Irgendwo Irgendwo habe ich doch irgendwas vergessen. Dreizehn sind das mit Sicherheit nicht. Aber das wäre äußerst, äußerst bemerkwürdig, wenn ich jetzt hier dreizehn Elemente von hätte. Ach, wisst ihr was? Natürlich sind es dreizehn. Ich habe ja den Schmetterling rausgenommen. Also, es war nicht dreizehn, zwei und vierzehn. Dürde, erklärt einiges. Gut, egal. Also, dann haben wir trotzdem eins über, was wir noch irgendwo dekorieren können. Das macht ja nichts. Vielleicht nehme ich die Katze als einzelnes Dekorelement raus. So. Und dann haben wir so, dunkel, hell, hell. Hm. Wir könnten ja auch Viecher und Dinge auf die eine Seite und Mensch auf die andere Seite. Da wäre man ganz viel Mensch dort. Ja. Ihr seht. Das passt gut zusammen. Und dann haben wir Berge und Kapitän. Ja gut, im Großen und Ganzen passt das doch ganz gut zusammen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs können wir auf jeden Fall nehmen. Und dann helles. Das haben wir nämlich noch nicht. Kapitän, Schubb. Die würde ich jetzt auch echt weit auseinander machen, dass ich alle Symbole auch sehen kann. Und oben mit Wanderern. Natürlich, klar. Was hat jetzt hier? Das hat mal keinen tieferen Sinn von der Symbolik, aber das tut ja nichts. Das tut ja nichts. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Irgendwie ist mir hier so ein bisschen wenig Varianz drin mit dem Grauen. Natürlich ist das auch so. Aber hier haben wir ja auch vier Graue drin. Wir haben zwei Weiße und zwei Dunkle. Ja, vielleicht sollte ich den Tiger austauschen gegen ein anderes. War vielleicht gar nicht ganz verkehrt, dass der Tiger noch mit hier rüber geht, um es ein bisschen feiner zu machen. Dann müsste eins von denen beide gehen. Die Dame, die Yoga macht, nach oben. Das hier wird ein kleiner Marathon, oder? Also wenn wir hier diese ganzen grauen Elemente drauf bringen. Kann man ja nicht anders sagen. So, jetzt kann ich hier eigentlich wieder zu meinem Bewerten übergehen und einfach hier so einen Streifen hinkleben. Na, da kann man nämlich sogar, wenn ich das so mache, auf die Innenseite noch, könnte aber noch was drunter stecken. Wo wir wieder beim Wort einstecken oder drunter stecken sind. Da mein Mann meine Videos nicht schaut, hat er nicht zu lachen. Vielleicht sollte ich ihm das mal sagen, was ich ihn namentlich erwähnt habe mit dem Wort einstecken. In der Diskussion. Ich bin wirklich gespannt. Also Stand heute bin ich wirklich gespannt, weil ich natürlich noch nicht eure Kommentare kenne. nämlich das Video, was ihr zum Thema einstecken, was ich da gedreht habe. Das habe ich gestern erst gemacht. So, ich lege die jetzt erst mal nur mit dem, mit der Hoffnung, dass ich es noch ein bisschen schieben kann, wenn es nicht so 100% in meinen Kram passt. Aber ich muss sagen, so von der Abstand her passt es gut. Das gefällt mir. Und das wird ja auch auf der anderen Seite dann gleich noch festgeklebt. Also, ich gehe jetzt hier unter jedem noch ein ganz kurz mit dem Klebchen drunter. Mit dem kleinen, ein bisschen Klebstoff. So, immer noch die Kanten ein bisschen ankleben. Da kommt ja gleich noch die Gegenseite. Die klebt ja auch noch fest. So, das Ding ist, ich könnte jetzt hier, so, den lege ich mir jetzt mal wieder zur Seite. Ich könnte jetzt hier, ist überall noch ein bisschen Luft, das heißt, da kann man noch was drunter schieben. Du kannst zum Beispiel noch eine extra Schreibseite oder irgendwas, kann man da drunter bringen. Was bist denn du jetzt hier? Ein bisschen Kleber drüber gekommen. Das ist aber nicht der Plan. So, ich packe jetzt meine Kleberdose drüber. Seht ihr noch genug? Jo. Ist ja perspektivisch ein bisschen lustig, weil es halt so steht. So macht's Croissant oben. Croissant. Tiger. Dann. Blumen. Yoga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber hatte ich da gerade jetzt wirklich 6? Ne, hatte ich doch gar nicht. 3, 6, 7. Müsst du die Katze doch mitnehmen? Komme ich denn drauf? 3, 6, 7. 3, 6, 7. Dann hatte ich 15. Spannend. Wir können ja diesmal hier unten anfangen und das letzte nach oben machen. Dann würde ich nämlich die Katze nach oben setzen. Ich würde das denn so rum tun. Ich fange jetzt unten an. So, und dieses Mal ist mein Kleber wirklich gleich alle. Das Tagesziel erreicht. Kleber gekillt. So, diese Dinger hier, die schmiere ich jetzt ganz ein und setze sie dann gegen. Also die hier wird jetzt nichts zum drunter schieben mehr sein. Könnte ich machen. Habe ich zwar keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock mehr. Nein, Spaß beiseite. Ich möchte dich hier komplett gegensetzen. Das ist so einfacher. La 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 la. So, dann muss ich mich gleich umziehen. Und zweitunterricht rausgehen. Vorher brauche ich noch einen kleinen Schluck Kaffee. Damit ich meine Wörter hier wieder aufhole. So, gefällt mir. Das Fiese ist, wenn man jetzt eine neue Kleberdose aufmacht, dann ist der viel flüssiger als der, den man schon 10.000 Mal auf und zu gemacht hat und der schon so ein bisschen Sauerstoff abgekriegt hat oder ein bisschen mehr und dementsprechend irgendwie relaxter im Kleben ist. Okay, die Joghurtante kriegt jetzt hier Blumen auf den Kopf. Aber wie gesagt, das ist nur ein Side-Embagement, so zu sagen. Der Tiger hat wiederum ein bisschen Platz. Da passt das wunderbar, dass was drüber kommt. Oh mein Gott, das muss doch nicht immer alles perfekt sein. Lieber fertig als perfekt, ne? So, der Tiger frisst die Blumen. So, mal gucken, ob ich alle Karten hier nicht mit dem letzten Kleberrest hinkriege oder ob das jetzt hier gleich, nein, was ist das Ende vor dem, das Ende wird erreicht sein vor der letzten Karte und zwar jetzt. So, woran macht man fest, dass sein Urlaub ein guter Urlaub war? Man hat mindestens eine Dose Kleber verbraucht. Also bei mir ist das so. Dann habe ich es nämlich geschafft, im Urlaub auch Zeit für mich zu verbringen, was dann einfach auf Bastelzeit heißt. Jetzt habe ich den natürlich als Stütze, jetzt muss ich ihn mal tauschen. So, jetzt müssen wir ein bisschen relaxed gucken. Seht ihr, da ist viel flüssiger der Kleber, viel streichfähiger, weil ich ihn gerade frisch aufgemacht habe. Yippie, yippie, ein frischer Kleber. So viel Möglichkeiten. Die Dame habe ich jetzt in den Hut geklaut. Fällt in der Shit Happens. Und jetzt kommt das Kätzchen zum Schluss. Ich habe mich doch eben echt hart verzählt irgendwie, ne? Ne, dann muss ich tatsächlich von den runden Teilen 15 gehabt haben. Macht ja irgendwie auch Sinn. und die drei Reihen jeweils fünf Stück. Kommt gut hin. und dann gehe ich jetzt ein bisschen ein bisschen, das ist auch mein Lieblingswort, ne? Bisschen sorgfältiger mit dem Kleber um, weil ich hier oben die kompletten Kanten als Abschluss hier kleben will. So. Ich bin so begeistert. Das hier anze ich noch so ein bisschen. Der Tiger ist ein bisschen auf der Reihe getanzt. Kann ich dir nachschieben? Ah, nö. Ja, ah, nö. Sag mal. Auch das, auch da, der Hintergrund ist ja auch grau. So. Okay, mal. Hier, gucken mal. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Imbelle schon jetzt fertig. So, ihr Lieben, das ist jetzt doch ein sehr langes Video geworden. Ich wollte eigentlich nur ein ziemlich kurzes machen. Aber ihr habt ja gesagt, ihr wollt mit mir basteln. Jetzt habt ihr den Salat. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Vielleicht habt ihr noch ein paar Anregungen für mich. Denn ich bin noch nicht am Ende. Obwohl, wenn eure Anregungen kommen, dann seht ihr, also dann habe ich das Journal ja schon verschenkt. Also von daher. Dann fürs nächste Journal. Das wird nicht das letzte in der größte gewesen sein. Herzlich gerne, Herr mit Anregungen. Habt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dass ihr es so lange ausgehalten habt. Ja, und damit wünsche ich euch, ja, stand heute schon das Wochenende. Ansonsten einen schönen Basteltag und bis demnächst in diesem Kino.